Hey Mamas und Papas! In diesem Video schauen wir uns die drei besten automatischen Lockenstäbe an und hören uns hierzu die Meinung von echten Kundinnen an. Ob sanfte Wellen, Korkenzieherlocken oder mehr Volumen. Lockenstäbe und Curler sind aus vielen Badezimmern nicht mehr wegzudenken. Im Idealfall wickelt der automatische Lockendreher die Haare selbst auf, piept nach wenigen Sekunden und gibt eine perfekte Locke frei. Das lästige Drehen der einzelnen Strähnen gehört damit der Vergangenheit an. Fangen wir an mit dem automatischen Lockenstab von Babyliss. Der Babyliss Curl Secret Ionic 2 hebt die bereits bewährte und patentierte Technologie der automatischen Lockenfunktion auf ein neues Level. Du kannst nun noch einfacher definierte Locken oder glamouröse Wellen stylen. Dank der austauschbaren Aufsätze mit unterschiedlichen Durchmessern. Für ein natürlicheres und länger anhaltendes Ergebnis kannst du neben der Lockendrehrichtung auch die Zeiteinstellung nach deinen Vorlieben anpassen. Die Keramikbeschichtung und Ionic Technologie versprechen geschmeidige Locken ohne Frizz. Svenja hat sich diesen automatischen Lockenstab gekauft und das ist ihr Fazit. Das Gerät kam sofort am Tag nach der Bestellung an, war neu verpackt und funktioniert toll. Ich habe innerhalb von 15 Minuten meine dicken, langen Haare gelockt. Für Menschen, die mit einem Lockenstab nicht gut klarkommen, ist dieses Gerät toll. Besonders praktisch finde ich die Rechts-Links-Funktion. Zweimal hat das Gerät sofort dreimal gepiept, weil ich zu viele Haare genommen habe. Es hat sich nichts verhakt und die Haare konnten einfach befreit werden. Das Gerät ist also perfekt für Unerfahrene und zaubert perfekte Locken. Nur noch etwas Haarspray drauf und die Haare sehen den ganzen Tag über super aus. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch den automatischen Lockenstab von Philips vorstellen. Der Philips Stylecare Prestige Auto-Lockenstab und sein innovatives System machen traumhafte Looks ohne viel Aufwand möglich. Ganz automatisch mit nur einem Knopfdruck. Die Moisture Protect Technologie kontrolliert und passt sich der Temperatur an, um den Glanz zu verstärken und die natürliche Feuchtigkeit deines Haares zu erhalten. Durch den längeren Lockenstab, den vertikalen Griff und das offene Design, das die natürliche Beschaffenheit deiner Haare berücksichtigt, kannst du dich perfekt und mit wenig Aufwand stylen. Victoria hat diesen automatischen Lockenstab getestet und sagt folgendes. Ich habe schon einige Lockenstäbe ausprobiert und dieses Gerät kann ich nur empfehlen. Es ist einfach zu bedienen. Natürlich muss man bei den ersten Strähnen weiter hinten noch kurz den Dreh rauskriegen, wie man das Gerät dann richtig hält. Aber das gelingt schnell. Wenn die Haarsträhnen zu dick sind und sich verheddern, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Als weiteren Vorteil füge ich hinzu, dass er vom Gewicht her leichter ist wie andere Curler. Man braucht ja bei vielen langen Haaren, wie ich habe, schon 30 bis 40 Minuten. Da ist das Gewicht schon nicht unwichtig. Nach der Anwendung hat man eine tolle Lockenpracht. Klare Kaufempfehlung. Und sogar nach dem Schlafen sind noch eine Menge Locken und Volumen da. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächste Empfehlung in dieser Reihe möchte ich euch wärmstens den automatischen Lockenstab von YapoI ans Herz legen. Der YapoI Lockenwickler verwendet eine einzigartige Keramikbeschichtung, um Haarschäden zu vermeiden. Die professionelle Keramiktechnologie hält dein Haar glänzend und beseitigt jeglichen Frizz. Die wärmeisolierende Lockenkammer verfügt über eine Wärmeisolationsfunktion, um deine Hände vor Oberflächenwärme zu schützen. Anna hat sich diesen automatischen Lockenstab geschnappt und das ist ihr Fazit. Richtig tolles Gerät. Ich habe leider glattes Haar, aber gerne Locken. Nach mehreren Vergleichen der Produkte entschied ich mich für dieses Produkt. Erst Haare gewaschen, dann Lockenschaum rein und gefüllt. Ich hab dann die Haare noch circa eine halbe Stunde abkühlen lassen und dann ganz, ganz vorsichtig begonnen, Strähne für Strähne einzulocken. Und wow, bin total begeistert. Wärmeleistung und Preis sind top. Ich wollte wissen, wie viele Tage meine Locken halten und habe es ausgetestet. Auch hier bin ich voll zufrieden. Hatte fünf Tage extra meine Haare nicht gewaschen. Die Locken waren immer noch da. Ich liebe dieses Gerät. Man kann es auch in der Handtasche mitnehmen, falls man unterwegs ist. Alles in einem sehr empfehlenswert. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du würdest mir enorm helfen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.